Mann, Sabine! Hallo und herzlich willkommen, Leute! Sabine! Hallo und herzlich willkommen. Zu TTT wieder. Wir sind hier, weiß ich nicht, auf einer Map. Japan. Oder sowas. Boah, die Mucki ist ja mal mega schön. Das finde ich richtig geil. Die Musik würde ich mir auch immer... Alter, ich hör gar keine Musik. Wieso hört ihr denn Musik? Lola. Muss man irgendwie neu joinen, wenn man Musik ausgemacht hat? Weiß ich nicht. Ich stell mich mal in die Ecke. Boah, wird geschossen. Alter, die Mucke. Wer war das? Wer war das hier? Johnny ist tot. Also ich lass dich auf jeden Fall an die Mucke. Johnny ist hier gestoppt. Warst du das okay? Du warst nicht. Den Vorwand von Max, den Ton auszumachen. Multiplayer. Alter, da kriegst du ja richtig die Hallos hier. Jo, da ist voll nice, ey. Das ist so richtig. Oh, der schießt schon wieder. Kutscher, kutscher, kutscher. Ich sitze hier in der Ecke. Kacknoob, Alter. Ey, fuck. Opfer. Ich krieg die Mucke nicht aus. Was muss ich machen? Ich weiß, ich will die Mucke haben. Was muss ich machen? Wieso will ich die Mucke haben? Ich weiß, ich hab's ertrieben laut. Was machen? Ey, wieso? Hallo? Ist das safe? Na, sag. Jo, nein, ich hab Kakel, Kevin. Ich hab's hinter dir versteckt, Max. Oh, wir hatten da geschossen. Ich war ja auch nicht da. Ja, aber ich hör euch nicht mal. Alter, ich hör die Musik halt. Vielleicht sollst du raus aus dieser Disco hier, Alar. Nee, die ist überall, die fucking Musik. Okay, ich hör sie halt gar nicht, die Musik. What the fuck? Ja, aber ich mach halt Musikvolume aus. Und trotzdem hast du die. Jo, geil. Ja, ja, weil die in dem, in der Map. Ich hör laut als ihr. Oh, jetzt hab ich die Musik. Jetzt hab ich sie auch. Alter. Alter, welcher Huren so ein Map-Entwickler. Das ist geil. Lass mal Musik auftrönen, weil jeder hat ja auch meine Musik geschmackt. Boah, da ist ja richtig komplex in dem Raum, Alter. Oh mein Gott, what the fuck? Alter, der Raum ist hier richtig rappt. Als ob irgendwer noch über Räumen nachdenkt keiner die Musik. Ich mein, das war in-game Musik, äh, in-game Volume aus. Bei mir ist es halt nicht mal so laut, ey, tatsächlich. Alter, ey. Oh mein Gott, Kevin. Was ist das hier? Da denkt sich jemand, ja, guck mal zum Einschlafen, schöne Runde TTT, und dann gibt's die Hallo-Musik, Alter. Pass auf, Johnny war da so ein bisschen. Dann können die sieben Stunden nicht mehr schlafen. Konnochi, Arigato. Verpiss dich, Sola. Wo bist du denn? Aber die Musik ist nicht so... Ich hab die geworfen. Sola spielt der Melonen-Jongleur. Das kommt mir so vor wie so irgendwie in einem Gebiet bei Pokémon a la, in den ersten Teilen. Bei Pokémon? Wo man gegen Team Rocket gekämpft hat, in den Casino oder sowas, glaub ich. Vor allem hier auf der Werbung auf diesem einen Werbebanner, die trinkt grad irgendwas und das Gesicht sieht nicht aus, als ob die durstig nach was zu trinken ist, sondern... Durstig nach was zu trinken? Ja, die ist eher nach was anderem durstig, also... Guck mal, das Mann da oben, guck mal. Wie siehst du die? Alter, den Gesichtsausdruck klingt so gut. Ah, jetzt ne Cola! Hä? Und Kevin verfolgte die ganze Zeit Kutscha. Kutscha und Sola sind ein bisschen verdächtig, Imo. Wieso? Ich hab mir hier dieses... Ja, 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 ja. Max hat was geworfen. Was hab ich geworfen? Du hast irgendwas geworfen und nicht getroffen. Was war das denn? Hä? Ich weiß nicht, irgendein weiter... Das ist zu safe. Man kann sich nicht konzentrieren bei dieser Musik! Alter, das ist ein safe. Ich bin mir nicht sicher, aber der hat irgendwas jetzt geworfen grad. Nein, ich hab nix geworfen. Boah, Mann. Du hast irgendwas geschossen oder so. Du bist sicher, dass von mir kam? Ich war gerade gegenüber in diesem Haus hier. Du bist sehr verdächtig, Max. Du bist blutig am Arm, Sola. Du bist übel verdächtig, Max. Jo, irgendwas hat dich getroffen. Aha. Oh, ich hab falsche anbekommen. Was ist denn du, Alter? Warum sind wir eigentlich alle auf dieser Straße? Weil die Map nicht mehr hergegeben, glaube ich. Weil die Map so super ist. Die Musik toll ist. Da, 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 da. Cyberpunk, Leute. Alter, ohne jetzt... Ja, aber ich will mal ein bisschen die Map jetzt... What the fuck hier oben? Okay. Jetzt keine mehr da. Oh, hier sieht man einfach, wie das Gehirn von jemandem wegschmilzt. Oh, schmilzt. Oh, schmilzt. Komm mal hier hoch, Alter. Das muss ich sehen. Wow, wow, Kevin. Ja, ich will das Gehirn sehen. Ich will das Gehirn sehen. Ich will das Gehirn sehen. Hä, ist er tot? Er ist runtergefallen. Ist er tot? Ja. Oh, Leute. Hier geht's ja komplett runter. Kutscha. Lol. Ich will durch, geh weg. Ja, okay. Alter. Wie kommt man denn hier? Oh, Alter. Ohne Witz. Wer denkt sich so ne Map aus? What the fuck, Alter. Der hat erstmal drei Pfeifen Crack durchgezogen. So. Jetzt machen wir den Map. Alles übelst. Komm mal, komm mal hier, Sola. Komm mal hier. Weil ich vorhin wo runtergefallen bin. Komm mal hier rein, du Chef. Sola. Der Raum, guck mal hier. Der gibt mir richtig AIDS. Hey, hey, hey. Achtung, Kutscha, ich bin hinter dir. Alter, der irgendwie machte mich richtig kaputt. So streich ich mein Zimmer. Aua, ich bin runtergefallen. Pass auf, das ist irgendein Traitor-Scheiße. Du kannst mich töten, wetten. Aha. Kann die aufmachen, die Fenster hier? Ich sehe Kevin. Hallo, hallo, hallo. Jetzt die Frage, war Johnny Traitor oder nicht? Ist Johnny tot? Johnny ist tot. Er ist runtergefallen. Max, guck mich so komisch an. Mein Kevin, übrigens, hat keiner gesehen. Ja. Ist halt runter, was soll ich machen? Ja, kann ja auch sein, dass du ihn irgendwie runtergebombt hast. Ne. Wo soll man denn hier runterfallen, dass man stirbt? Ne. Ja, links außen, wenn du oben wolltest. Ja, muss man, wenn man hier runterfällt, fällt um zu sterben, dann muss man wirklich schon sterben wollen, so. Ja, Kutschi. Vielleicht ist nicht jede Runde die Musik, ey. Alter, wie bist du denn? Mach dir keinefalls auch noch. Er ist ein Parcour-Boy, Alter. Könnt ihr ja mal die Leute in die Kommentare schreiben, wie geil sie die Mucke finden? Oh, das ist gerade für 1. Bitte. Alter, weil mir einfach alle... Ich find's auch geil. Hä? Achso. Oh. Ja. Hast du nur in der Hand, bei mir hast du einfach nichts in der Hand. Hä? Ich hab eine Empfehler. Doch, der hat diese komische Akada. Alter, ich komm nicht mehr raus. In dem Bauch. Hä? Kann sein, dass man hier manchmal irgendwie nicht, oder? Hä, wieso? Ja, ich komm nicht mehr hoch. Du Fick! Hä? Achso, klar. Max. GG. Was denn? Ich hab Sound aus. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Hast Kitscher getwittert, du Schwein. Nein, hab ich nicht. Find's auch gut, dass man bei der Musik so gut die Fußschritte hört. Ach, Max, ich hätt dich direkt am Anfang weg machen sollen. Ja, ich hab diesen Attack-Forcer auf dich geballert. Ich war zu gut mächtig. Aber ich hab's sogar getroffen, aber du hast irgendwie gar nicht ge... äh... Du hast ja... Fuck. Du hast irgendwie gar nicht geschossen dann, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich hab diesen Attack-Forcer auf dich getroffen. Attack-Forcer? Muss man dann schießen, oder was? Ja, ja, ja. Eigentlich musst du dann durchgehend ballern. Hm. Mit allem, was du hast. Ich weiß ja auch nicht, was du so ist, aber jedes Mal, wenn ich mit Max Strater bin, scheiß ich so hart rein. Du musst ja. Ich dachte, Kevin... Der doopte Käpt'n macht dir einfach zu viel Druck. Hey, ich bin doch am Ende Max... Ich glaube, der scheiß Prinzip ist ja immer relativ rein, aber... wow. Auf der Map hast du keine Möglichkeiten, so. Was willst du machen? Ich hab halt nicht gedacht, dass ich da wirklich runterfallen kann. Ich dachte mir so, okay, spring ich zur anderen Seite, pff, tot. Nix andere Sachen. Ach nee, schon wieder die Musik. Geil, Musik! Aber richtig nice, dass Kutscher ja instant leise war, wo er tot war. Warte! Er hat doch gesagt, du Ficker, oder sowas. Du Fick, hab ich gesagt. Du Fick, hab ich gesagt. Du Ficker, genau. Sola hättest noch zu Ende gesprochen. Ich hätt noch drei Wochen lang geredet, aber... Du Ficker Max, ich werde nicht aufschlitzen und dann... Ja, genau. Oh, ich bin tot. Boah, Alter, Kevin, ich würd dir empfehlen, die Musik auszumachen an der Aufnahme. Wie soll ich denn das machen? Ja, mach einfach den ganzen Sound aus, wenn man irgendwie... Am Anfang hattest du doch keine Mucke, oder? Ja, am Anfang hatte ich keine, aber jetzt hab ich sie. Ich weiß nicht, wie's auch vor allem... Weißt du, das ist so... Warte, will ich mal kurz sagen, ja? Das ist irgend so'n Huren, so'n Map-Ersteller, der einfach diese Musik reinballert, die man nicht deaktivieren kann unter, äh... Disabled Music Volume. Und sich dann wundert, hä? Warum hat meine Map nur einen halben Stern? Ist die... Ich warte doch... War doch Musik ausmachen, du Spacken! Oh mein Gott, sorry, das hab ich wirklich nicht gehört. Es sah den Zählen laut. Es sah übel aus wie Tracker Sound. Ach ne... Wie's mal kurz Schie? Achso. Tut mir leid. Ich schieße, ich schieße, Achtung! Okay, ich hör's aber nicht. Hä? Oh shit! Ich bin eingeschlossen! Ah, hier meinst du mit runterfallen? Ja, am Rand oder was? Ja, hinter den Häusern. Oh mein Gott, ey. Verrückt, Alter. Irgendjemand ist tot. Kevin ist tot, achso. Oh, der war Traitor. Oh, der war Traitor, what? Das ist ja direkt Doppelpüter, Alter. Unlucky. Das würde mich natürlich belasten. Ich dachte einfach, der ist im Traitor-Shop. Ist das da hinten? Ich war das. Ist das da oben? Da oben ist Sola. Sola mit der Pistole. Sola, schieß mal mit der Pistole irgendwo hin. Ich hab nix gehört. Ja. Jetzt hab ich alles richtig geil. Kann man die Gläser kaputt schießen? Er schießt, er hat ja geschossen, ne? Ja, ja. Ich hab das Glas kaputt geschießen. Wo ist ein Kutscher? Der ist auf einmal weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, okay. Hier oben. Hallo? Oh nein! Oh nein! Johnny, du bist so dumm! Ist er schon wieder runter? Ja, er ist wieder runtergefallen. Sola, komm her. Kevin lebt! Kevin lebt! Kevin lebt! What? Da war es Johnny auch noch... Hier oben ist Johnny! Ey, hier oben ist Kevin! Ich hab ihn gleich! Ja, ich hab ihn! Hat Sola ihn geretzt, oder was? Ja, irgendwer hat ihn geretzt. Ey, er ist mit dem Melonorcher nur auf der Stelle gegriffen. Ey, Kevin, was war das denn? Okay, dann ist es noch Sola, oder was? Weil Sola hat ihn ja ge... Confirmed und dann hat er wahrscheinlich direkt geretzt, dann. Ne, du bist es. Ah, fick dich, was? Jo, warum rennst du hier einfach über so... Ich hatte eigentlich nur Melonorcher, ey. Ich hatte keine andere Waffe. Ey, sorry Kevin. Bin ich hier einfach der einzig fähige Mann, alter? Hat Johnny dich geretzt, oder? Ne, Kutscher. Kutscher, wann hast du ihn denn geretzt, hä? Eben. Genau, jetzt machst du die Treppe da grad hoch. Ne, Johnny hat die Treppe. Johnny hat mich grad gesehen, Alter, und dann ist er runtergefallen. Gott sei Dank, Alter. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Aber Kevin, warum... Dann schaff ich's einfach den Scheiß-Mick zu finden. Ey, ich hatte keine Waffe. Ich hatte nur einen Metal-Launcher. Und keine Muni, keine Muni drin. Ja, ja. Ich hab mich so weggebläht. Ich seh ihn und denk mir so, warte mal. Oh, die Muck ist weg. Nein, doch nicht. Ne, die fährt immer neu hoch. Ohne Witz, wenn du das siehst, ein Wichser, ne? Dann macht die Muck aus, ey. Ich wette so, der klickt so auf die Folge, boah, geil, die spielen meine Map. Ja, aber ohne Witz, normalerweise wahrscheinlich, wenn du ne Map erstellst und so Musik halt einbaust, dann kannst du bestimmt einstellen, unter welchen Optionen man die ausstellen kann oder so. Beziehungsweise, man muss die ja werten, die Musik. Ist das jetzt normales... Bei ihm zählt die wahrscheinlich als Schuss oder so. Ja, genau, ohne Witz. So ein Hurensohn ist das. Der macht einfach sauer auf die Sabine. Da kannst du mir erzählen, was die rufen. Kevins nicht triggert mich mehr, als wenn man meine Aufnahme so hart sabotiert und man nix dagegen machen kann. Aber du nimmst doch gar nicht auf. Ja, aber Kevins Aufnahme, ey. Das ist ja... Er präsentiert uns ja alle. Hallo, schieß mal irgendwo hinten, aber nicht auf mich. Okay. Aha. Er ist tot. Moin. Guck mal ab jetzt. Max ist so ein Hörfer dran, ich schieße ihn gleich in den Kopf, ey. Ey, warum springst du auf mich drauf? Oh, hier ist noch wer. Hallo, Johnny. Hallo. Oh, draußen ist noch einer. Oh, Alter. Oh, du willst die Mucke täte dich einfach maximal. Das ist wieder keine Waffe, Mann. Moin. Max hat bei mir einfach... Moin. Einfach maximal. Oh Gott, Alter. Glaub doch mal. Was soll das denn? Moin. Max. Moin. Boah, die Mucke doppelt sich bei mir jetzt schon. Moin. Jetzt geht's richtig gut. Oh, sie ist leise gerade. Jetzt fängt der Spaß an. Oh, ich glaube, Johnny ist Traitor. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo 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 Ja, man weiß ja, dass wenn ich im Blut kämpfe. Und Sola ist reingegangen, hat einfach nichts gesagt, bis ich gesagt habe. Da ist Blut und Johnny gibt einfach keinen Fick. Das ist mein Blut. Achso. Ich habe es abgegeben. Da ist ja alles gut. Ich bin leider runtergefallen. Was sind das hier eigentlich für sinnlose Verdächtigungen? Nee, nicht sinnlos. Für mich sind Johnny und Sola. Johnny und Sola. Hopschnüffler oder was? Ja klar. Versuch mich nur zu treffen, Johnny. Brauchst du dich gar nicht hingucken hier. Los, komm doch mal raus. Schieß doch. Schieß mit deinem Mel Launcher. Alter, was ist gerade mit der Musik passiert? Die macht mein Gehirn kaputt gerade. Alter, bei mir fängt mir auch gerade einfach den Kopf weg. Was ist das denn? What the fuck ist jetzt für eine Musik? Das ist bestimmt eine Traitor-Waffe, Alter. Und die Leute haben so einen Töten. Hallo, Kamera! Johnny, Johnny, Johnny ist es. Warum ist es Johnny? Er hat irgendwas geschmissen. Ja. Er hat eine Banane oder sowas geschmissen. Keiner weiß, was er da gemacht hat. Oh, Johnny, Mensch. Der hat die Schildkröten geschmissen. Achtung. Sola ist auch verdächtig. Ruhig, ne? Alter, Sherlock Blatt, Alter. Alter, kann er denn diese Mucke abstellen? Richtige Joker-Mucke, ey. Warum verfolgst du mich die ganze Zeit? Ich habe keinen Plan, wo du hin bist. I don't have my brain. Ich bin safe, by the way, ne? Ja. Und ich habe ihn die ganze Zeit verdächtigt, Kevin. Warum sollte ich ihn die ganze Map über verdächtigen? Jetzt habe ich irgendwie... Ey, ich werde angeschossen. Ordentliche Attack Forcer, Attack Forcer, Attack Forcer. Okay, dann ist es Sola. Der sagt doch die ganze Zeit nichts. Fick da, was den schon getötet hat. Alter, ey. Sherlock Blattmann, Hopf-Schnüffler. Nein. Hopf-Schnüffler. Oh, sorry, Leute, ich... Die Anstattung ist ziemlich leer, also... Kevin, Kevin, alles cool. Ich bin da. Okay. Wo ist Sola? Aber ich würde trotzdem gerne alleine bleiben. Das ist die Frage. Meine Muni ist leer, ich kann nicht mehr schießen. Alter, jetzt habe ich Bock auf Krupp, nach der Mucke. Max wird angeschossen. Ich weiß, das ist irgendwo hier auf dem Dach. Frösche! Passt auf! Hier rein, die Schildkröten, Kevin, komm hier auf! AHHHHH! Ja, sag ich doch! Die essen mich! Rettet mich! Niemand will dich essen, Kevin, du bist Pole. Alter, die Mucke ist einfach gerade richtig Tokio-Drift-Party, Alter. Das ist richtig Joker-Mucke, Alter. Sola, komm und holen! Ja, entspann dich. Wir sind einfach zu dritt in dem Haus. Alter, diese Mucke. Ich pique mal. Jetzt ist es so Kutsche, Alter. Wer ist denn... Ja, mit Tech-Forcer. Oh, die Schildkröte verfolgt dich, ich sehe sie! Ja, ja. Zeige ich euch zuvor, aber ich habe ja mit Tech-Forcer, dann kommt ich einfach in den Raum und töte alle. Ach, ich habe sie weggeschossen, Lossi. Ach, ich habe sie weggebullert. Bullert. Bullert. Wo ist denn der? Hatsley Road. Ja, ja. Ich plane meinen Great Engage. Hatsley Road. Du hast doch gar keine Tickets mehr, du Opfer. On the Floor. AHHHHH! Ich bin fast gestorben, er ist draußen. Wo denn? Links oder rechts? Links, glaube ich. Wo soll er sonst sein als draußen? Ja, vor der Tür direkt, meine ich. Ach so. Er ist ziemlich hart erwischt. Also links oder rechts? Vor allem, willst du mich fragen, er stellt so eine Map und dann denkt ihr so, ich brauche noch einen guten Track für die Map. HanCore-Japanesen-Mucke. HanCore-Japanesen-Mucke. Ja, okay. Wo ist er denn jetzt aber? Einfach alle auf die Tür, ey. Okay. Also immer links, sagst du. Der ist links oben. Ja, komm rein, Junge. Kevin und ich, er ist ganz schön erwischt. Kutsch hat ja keine Muni, ne? Ich habe nur mit zwei Diegel Schuss, aber da müsste ich wechseln. Ja, warte, ich droppe dir meine Pistole, okay? Ja, so ballert er ja los. Ich baller sofort los, bringt er jetzt. Hier, kommt, hier, kommt! Er ist was tot! Tötet ihn! Ich muss anladen! Nein! 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 WTF, Alter? Wie viel Schuss, wie viel jemand ist denn noch? Acht! Oh, Eilid, Alter! 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 Vor allem, wie er schon schreit. Nein! 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 Das wäre lustig gewesen. Wie hast du mich denn gesehen? Hä, ich war hinter dir. Ich habe einfach in den ersten 10 Sekunden gerallt, wer es war. Johnny, du bist halt wirklich Schubbler. Nein, ich bin Sherlock-Blatt, Junge. Ich bin Sherlock-Blatt, Junge. Sherlock-Blatt. Ich war halt einfach in dem Raum über dir. Quasi auf den Treppen. Sherlock-Vibe-Nation-Techno-Blatt. Guck mal, bei dem Attack-Forster, sobald du die Wache wechselst, schießt du nicht mehr, oder was? Doch. Lol. Achso, du kannst... Achso, okay, das ist witzig. Übel lustig. Das ist echt witzig. Ich lache mich jedes Mal übel kaputt. Aber bevor du nachlebst, also wenn du Muni alle ist, schießst du halt nicht und dann kannst du nachladen, genau davor, wenn es ist. Verstehe ich nicht. Naja, du ballerst ja quasi die Muni alle, aber du hast ja Muni übrig. Genau, da kannst du warten, musst ja nicht nachladen. Na, wie lang geht denn der? Ja, immer. Aber du musst ja nicht nachladen. Was bringt's dir dann zu warten? Du hast ja Muni alle. Ja, aber du kannst doch eh nicht schießen, oder? Doch, du schießt automatisch. Doch, du schießt durchgehend bei Attack-Forster, du Vollidion. Achso, du kannst warten und wenn du nen Gegner siehst, dann lädst du nach. Dann lädst du nach und fängst dann zu ballern, genau. Ja, aber du kannst halt, du schießt halt trotzdem mit dem Dauerfeuer, triffst ja trotzdem nichts wahrscheinlich. Johnny? Ja, okay, guck mal was du hast, ne, wenn es Shotgun ist oder so. Schön. Hey, 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 hey. Ja, ich guck mal was die machen. Hier liegen viel, viele Pistlis. Kevin, komm mal raus. Warum sollst du in den Raum sein? Schön shoppen, oder was? Ja, ich bleib hier. Oh, Max, was hast du denn hier? Hä? Jetzt ist wieder dieses Johnny, ich wurde erwischt und bin sauer auf Max-Modus. Ja. Komm her, Max. Wir regeln das. Komm her, Max. Komm, komm her, Max. Wir regeln das. Joel, komm doch. Los, komm her. Ja, hier bin ich. Los, schieß auf mich, los. Wirst du wieder geflamed in meinen Kommentaren? Weapons are what I need your love. Unbeliebter Spaß, du. I need your love. Was soll das jetzt? Ei, 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 ei. Übertreib mal nicht. Wir hatten ne Abmachung. Ist das da oben Kevin? Ja, ich bin das, ja. Ich hab Melonen zerschossen, das hab ich nicht, oder was? Achso, ja doch. Meine Melonen! Du schießt dann in den Raum, kommst raus. Da ist schon ein bisschen... Seid ihr alle auf einem Haufen, passt mal ein bisschen auf, ne? Ich kutsche euch gleich mit der Melone ab. Ich hab keine Muni. Mit welcher? Ähm... Muni ich meine Melone, oder was soll Melone? Ne, Cantalupe. Cantalupe? Ja. Cantalupe. Tür auf, bitte. Boah, geile Waffe. Aber was sind denn die Arrows? Das würde ich gerne wissen, was die Arrows sind. Ist das meine, die schießen können? Ja. Oh, ist das gut. Der hat sogar sehr viel Bums. Ja, ich kann die Mucke ausmachen. Oh, du hast die ausgemacht! Oh, diese Ruhe! Warte, ich steh kurz am Sound, ja? Ja, ich mach auch kurz den Sound wieder an. Wo ging die aus? Neuer Track, Leute, ich bin DJ! Nein! Ist das unten im Paderraum, oder wat? Mach aus! Party! Mach aus, bitte! Yeah! Schieß dich, mach aus! Okay, ich mach aus. Okay, wartet. Ich stehe wieder, Johnny, ja? Ich mach nur ein bisschen Musik an. Ja, jetzt tut mir leid. Nein, du machst nen Scheiß, Juhl. Einen Moment. Max? Auf mich wurde geschossen. Ne, ich hab einmal in die Luft geschossen. Ich wollte gucken, wie laut es ist. Oh! Jetzt hat's mir richtig weggeballert. Wo geht die aus? Ich hab's schon ausgemacht. Was? Hier war ein Thriller. Hier war ein Thriller. Das ist locker der Thrillerraum. Das ist locker ein Thrillerraum. Kevin schießt auf mich! Kevin schießt auf Max! Kevin schießt auf... Lol? Hallo? Äh... Was soll das? Da! Oh Mann, ich bin so schlecht mit dem Thriller. Alter, sie wollten mich triggern und zur Musik locken. Ich wollte gar nichts machen. Kevin hat immer angefangen zu schießen. Ich wollte Thriller. Hätte ich Thriller geschossen, dann... Oh Mann. Ich hab den Thriller nicht verhauen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab verhauen. Das sieht voll geil aus. Guck mal nach oben, Johnny. Dann hab ich den zweiten auch noch verhauen, ey. Ey, Kevin, ich wollt grad sagen... Kevin und Kutcher könnte es nicht gewesen sein. Oh Mann. Als ich den Thriller gehört hab. Und dann hast du angefangen mich anzuschossen. Ja, anzuschießen. Ja, aber irgendwann hättest du... Ja, aber wir waren ja nur zu dritt da drin. Ja, trotzdem. Wer hätte es sonst schießen? Alter... Alter, mach... Ab zur Disco! Direkt die Scheiße aus, Alter. Ich... Armin, da komm ich auch. Armin! So seid ihr, du Wichser! Ich hab nicht mal ne Waffe, aber scheiße. Boah, die ist hier lang. Boah, die ist hier lang. Womit man das wegmacht. Wieder alle reinlaufen. Mach aus! Stirbt den Bums! Ne, Asse! Nein! Aus! Röcher, schieß dich! Mach aus! Lass die Scheiße aus! Nix! Einmal, Kevin! Kevin, wie machen wir aus? Ey, ich verpest euch jetzt hier! Alter, wenn ihr beide jetzt Traitor seid! Ah! Ah! Wer hat das geschossen? Wer hat das geschossen? Wer hat das geschossen? Wer hat das geschossen? Oh, was ist das für ne Mucke? Wie geht ihr aus? Der rechte Knopf da oben, das ist der Ausschalter. Hä? Was macht ist denn hier für ne Party überhaupt? Der rechte Knopf... Ach, der da! Ja. Oh, Alter, Gott... Alter, mach aus! Lass die Scheiß-Mucke aus! Alter, ich hab immer noch keine Wache gefunden. Hauptsache die beiden schon, die sind so leider immer weg. Ich suche immer noch eine scheiße Sache. Kevin hüpft hier wieder rum, so da... Machst du noch einmal die Musik an, ne? Ich geh da gleich wieder hin. Alter, der schießt dich! Hände auf den Latten, Mann! Hör auf! Ich bin der Kutsch-DJ, Junge! Ich bin der Kutsch-DJ, Junge! Alter, Junge! Verpiss dich doch! Kutsch-DJ! Alter, die übelste Techno-Schranze! Oh, diese Ruhe! Aber voll ulkig, dass in der ersten Runde ihr die hattet und ich nicht. Ja, das hattet ihr auch nicht. Ja, irgendwie... Bleibt alles so, wie es ist! Es bleibt, Alter, meine Ohren sind... Aber keine Waffe, Mann! Meine Ohren sind einfach so richtig tiefen Entspannt, Alter! Hey! Alter, wird gesnipet! Was hat wer? Alter, was verfolgst du mich? Bleibt einfach so ein Errorzeichen rum! Guck mal! Was verfolgst du mich? So ein Errorzeichen! Ja, würde ich auch gerne benutzen, weil ich kein Schießen! Kutscher? Geil, ist ne gute Sache neben dem! Was war Max? Habe ich? Wo ist Kutscher gestorben? Ich will seine Waffe haben! Wer... Ah, ich hab sie! Johnny? Johnny ist auch tot? Was? Mann, Sola! Oh Mann! Warum seid ihr da so schnell sterben?! Okay, dass Johnny... Alter, Max hat einfach WQ gemacht, oder was? Ah, Max... Ich hab grad ne Tür gehört, wo bist du? Warte... Ich hab da keinen Platz mehr für, tun mir leid! Ach, schade! Was hast du denn? Äh, ich könnte hier ein bisschen Gift in die Fresse spritzen! Oh, oh! Spritzen klingt gut! Wie wärste mit ner... kleinen... Shit! Ah, da bist du also! Da musst du schon ein bisschen näher kommen jetzt! Oh kacke, Alter! Hatte die nicht mal zwei schon? Wer denn? Die Gift? Ne! Och, Ripsola! What the fuck, Alter! Hm... Na, ich hatte ja einfach nur ein bisschen Durst... Hä? Hallo? Warum kann ich das nicht kaufen? Du hast keine Credits mehr! Keine Waffe in Slot 4! Hä? Ne! Wenn ich mir Juggernaut kauf... Äh, wenn ich mir das Trinken kaufen will, steht da... You already carry a weapon in Slot 4! Ich gucke, Slot 4, keine Waffe! Vielleicht Smoke? Ne, da ist nichts! Es steht 3 und 5! Und 4 ist nichts! Aha! Hä? Das ist das nicht! Ist das so, ja? Das ist tatsächlich so! Ähm... Wie ist denn das ohne File-Damage? Ah! Oh neee! Jetzt! Nice Timing! Wichser, ey! Brrrrrr! Ah, du wolltest Thriller haben? Ich glaube, den Gefallen kann ich nicht gelockt sehen! Thriller? Thriller würde ich mich sehen! Perfekt! Zum Bohren! Achso, ich hab's doch getroffen! Jo, Alter! Ich weiß gar nicht wie! Hahaha! Oh Mann, ey! Alter, was ist jetzt hier?! Hahaha! Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Achso, dann war's ja schon! Oh Leute! TTT! Hau rein, Leute! Hau rein, Leute! Wirklich, ey! Man hat das Spaß gemacht! Perfekt zum! Fucking! Porn! Hau rein! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!